Hallo Leute, ich bin der GenKiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum ersten Video von QuickTips, wo ich euch einfach auf die Stelle ein paar Tipps zeigen werde und zwar wenn wir auf B seid, wenn ihr Terrorist seid und die Bombe hier in die Ecke auf B geplantet habt und ihr ganz genau wisst, dass der letzte Typ von unten irgendwo von CT kommt, könnt ihr euch hier hinten in die Ecke verstellen, crouchen und auf den Boden gucken denn so werdet ihr halt nicht gesehen, wenn der Typ halt von hier kommt, weil ihr einfach dahinter nicht zu sehen seid. Wenn der Typ natürlich von hier kommt, kann er euch locker sehen, aber wenn ihr genau wisst, er wird unten von CT kommen, könnt ihr euch hier hinterstellen und auf den Boden aimen und seid nicht zu sehen. Das Ganze könnt ihr nur als Terrorist machen, da ihr als Kontoterrorist, Moment, ich platziere mal eben einen hier hin, ähm, Place, okay, das ist CT, aber ihr seht, er guckt jetzt nicht auf den Boden, deswegen wird ein Stück zu sehen sein, deswegen müsst ihr auch auf den Boden dabei gucken, so seid ihr ein Stückchen kleiner und zwar, wenn ihr da ein, ähm, Tee habt, wird hinten dieser Rucksack, glaube ich, wenn man nach unten guckt, guckt dieser Rucksack hinten raus, also, wenn ihr CT seid, einfach auf den Boden gucken, ihr könnt es ja mal ausprobieren und mir in die Kommentare schreiben, ob der Tipp geklappt hat, geklappt hat natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video.